Wieso muss ich eigentlich schieben und du sitzt im Auto? Ich weiß überhaupt nicht, warum gerade du dich aufrückst. Bitte? Du hast ja gesagt, wir kommen um 9 Euro von Wiener Glänz. Ja, aber mit der Bahn und nicht mit dem Auto. Reisen Sie mit der neuen ÖBB-Sparschiene Österreich ab nur 9 Euro. Infos und Buchung auf oebb.at Jetzt kommt Bewegung rein. ÖBB